Ich bin Dr. Ann-Kathrin Meier und leite als Chefärztin die Geriatrie an der Asclepius-Klinik Wandsbek. Wir sind eine große Fachabteilung und haben verschiedene Schwerpunkte, so ist zu nennen das Alters-Traumatologische Zentrum. Wir bieten eine Gedächtnissprechstunde an und haben auch eine Gedächtnisstation für stationäre Patienten. Wir haben eine Tagesklinik und sind weiterhin auch spezialisiert auf Wundversorgung und die Behandlung von Diabetes mellitus im Alter. Und als Geriatrie am Standort Hamburg der Asclepius-Kliniken sind wir Teil des Netzwerkes ANCORES, welches auch neben den eigenen Patienten die geriatrischen Patienten der Häuser, der Standorte versorgt, die über keine Geriatrie-Fachabteilung verfügen.